Hallo, hallo, ich heiße Daniel, Bahn 9, Bahn 9, 1, 2... Oin, 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 es ist Mobbing, es ist Mobbing. Fischische Bewegung ist total wichtig für den Unterricht. Nein, nicht für den Unterricht. Fischische Bewegung ist total wichtig für den Unterricht. Fischische Bewegung ist total wichtig für den Unterricht. Was, Mathien? Fischische Bewegung ist total... 2, 1... Ähm... Ich meine, es explodiert komplett. 3... Ja, fast! Was tut es? Verstehe ich? 3... 2... 2... Ich bin der Unterricht. Das war's, Mathien. Ich habe auch angefangen. Fischische Bewegung ist total wichtig als... Bin, vielleicht! Schau, sowas ist auf der Sonne, oder? Das ist die Amanda Barriere hier. Was hemmeren? Das ist mir der 3D. Du hast echt gekonnt, ich sag, das glaubt ihr schon. Aber wir hören nur noch mal, dass sie es nicht drüber haben. Die physische Bewegung ist auch eine brutal wichtige Abwechslung zum Unterricht. Augenbrauen! Aber ist das schon nicht zu brutal? Das ist schon gut. Das sind die Hitlerhafte. Nein, nein, das ist schon gut. Ja, nicht alle, sondern ganze drei Dummheiten. Man, hau sein, ich muss total genug helfen. Aber nicht alle, sondern ganze drei Dummheiten. Probieren wir es einfach mal. Drei, zwei. Wenn du mal nicht eingesteuert und treffen willst, bist du immer zur Schule. Genau, wo ich denke. Perfekt. Das ist gut. Okay, ihr seid vertrafft, aber es ist alles gut. Ja, logisch. Okay. Kurz vor. Daniel. Super. Yes! Daniel, was ist mit dir? Genau. Live. Stabil in Lebensstilen, gell? Wenn man es auch kommt. Keine Ahnung. Nochmal. Recht. Wirtschaft. Und Informatik. Ja, wir waren wieder zu. Lernst du, wie du all deine Probleme in der Zukunft löst. Technisch und perfekt. Hey, schon ist das? Schwertes. Malte der Letzte. Das ganze Wissen. Gebrauchtung, der Art von Mehl. Und Recht und Wirtschaft. Und das? Normatik. Recht und Wirtschaft. Sprachen. Lern bei uns Russisch oder Latein. Nein! Also sie dann zackern, ich schlai. wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Du hab mir eingeschrieben! Bist du mit? Komm, du willst du nachdenken? Ja. Du hast schon in mir geschrieben. Ja. Laufig? Ja. Ja! Ja.